Guten Morgen! Heute gibt es ja ganz, ganz viele Neuigkeiten und zwar kommt ja Bugs Bunny und Daffy Duck und Sylvester raus. 50% Rabatt bekommt ihr und unter anderem zwei zum vollen Preis. Die anderen zwei von Luni Tunes. Danke schön, wir sind gerade hier im Urlaub. Dann kommt die Vatertagskollektion. Richtig tolle, super Spaß, Sonderangebote auch in so ganz großen Packen zusammen. Dann haben wir noch, ich muss gerade überlegen, wir haben so viel Neuigkeiten, genau und zwar die Kaba Clips Sandpack, also alles was so ohne Steckdose ist, Kaba, wo es einfach reduziert ist, wo ihr nochmal zuschlagen könnt und ganz normal gibt es noch die Sachen, wo es nur noch diesen Monat gibt, also Duft des Monats, Duftlampe des Monats, die Duftblumen 20% Rabatt gibt es nur noch diesen Monat und genau diese tollen Kombi-Angebote im Fünfer- und Dreier-Set. Mm! Aber ich glaube, jetzt habe ich jetzt festgestellt.